Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Önir und herzlich Willkommen zum 18. The Walking Dead Season 2. Let's Play! Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter mit der nächsten Folge. Ihr habt alle darauf gewartet. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört, wo wir mit dieser einen Jane diesen Raum gefunden haben, wo die Rebecca wahrscheinlich ihr Baby bringen will. Und da werden wir jetzt gerade hingehen und gucken, was passiert. In der letzten Folge war ja dieser eine Russe gekommen, der hatte Brüste, kussi, mein Schwester, Brüble, komm dir so mit, zicke, Brüjet. Ich fing der Richter an, da zu reden, auf Russisch und so. Aber, ähm, ich hoffe mal nicht, dass die uns irgendwie in die Quere kommen oder sonst irgendwas, weil das war schon echt asozial. Wir haben einfach von denen die Medikamente weggenommen. Das mussten wir aber machen, Freunde, weil in dieser Welt bei The Walking Dead, da geht's einfach ums Überleben. Da muss man auch teilweise wirklich an seine eigene Gruppe denken. Und ja, wir werden jetzt hier weitermachen. Jetzt beginnt die Sequenz, Leute. Ich hab mega Bock, Alter. Das wird immer spannender und spannender. Man will immer wissen, was passiert, ey. So. Du sagst mir, deine Arme sind nicht schmerz? Nein. Ich kann das alles jeden Tag machen. Oh, nein. Eie. Ach, du Scheiße. Das ist ja ein perfektes Timing. Oh, nein. Eie. Ach, du Scheiße. Oh, nein. Was sollen wir jetzt machen? Guck mal, wie der da kommt? Bist du blöd? Nein, 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 nein. Mike holt Sarah. Mike, hilf Kenny, hilf Kenny. So, und wir geben uns jetzt zurück. Der Kenny kann doch nicht alleine hier kämpfen, Alter. Sarah, geh gehen! Ja, die Sarah ist jetzt endlich mal wach geworden, ey. Nein, nein, ey. Warum? Ihr könnt doch nicht gegen die Boxen, Mann. Stell dir vor, die beißen euch. Oh, Gott, Alter. Und geil, aber Kenny ist stark, Mann. Der macht das schon. Jesus. Es geht ihm gut. Oh, nein. Der Kenny ist richtig am Ausrasten, weil er weiß, dass wegen diesen Dingern eine Familie gestorben ist, Alter. Ganz ruhig beruhig dich, mein Freund. Wir müssen weg. Das sind so viele. Ihr müsst weg. Lauf! Wollen die sich da einfach mit den 30 Streunern anregen, Alter, ey. Einer, okay. Aber doch nicht. Ah, die kommen uns ja hinterher, ey. Hallo. Korrekt. Danke. So schnell, wir müssen zu diesem Ort hin. Trag die doch jemand. Hallo, Kenny oder Dings. Nimm die auf die Schulter oder sonst irgendwas. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Oh, meine. Ich hoffe, die Streuner können keine Treppen gehen. Was machen wir? Was machen die denn da? Clem, es ist nicht... Was ist... Die haben gefickt, Alter. Die waren Bumsen. Well, äh... Ich meine... In hier. Let's get you comfortable. What the fuck are you two doing up here? Kenny. What's going on? We got God knows how many Walkers out there, which you were supposed to be keeping an eye out for. Hey, hold on a second. Just tell me what's going on. What's going on, is you're a reckless fucking moron. I'm reckless. Streuner direkt hinter uns. The Walkers are right behind us. We have to keep them from getting up here. There's still the stairs. Nooo! I'm sorry. Shit. Right over here. They're coming up the stairs. Here. We should... You want to help? Get out there and keep the Walkers off us. I'll do this. I've been here before. They can't rush us on the stairs. Shoot them before they get to it. Shit. Shit. That was wrong. That was wrong. We need everyone out here. I'm going outside. I'll help them back. Go. I've got Rebecca. Here they come. Oh, no. Here. We can't let them up here. Super, man. We should have a whole bunch of stuff. Oh, yeah, yeah, yeah. Stuff. 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 Look, I'm a really precise shot. Junge, Alter. Das schreicht weg mit, Alter. Was ist denn los, Mann? Oh, nein. Da kommt der Baba. Oh, nein. Was machen wir jetzt, Alter? Das Spiel ist wieder am hängen, Leute. Ich bin am durchdrehen hier. Was geht ab? Oh, nein. Das Schloss wird reißen. Das wird reißen, Mann. Etwas. Ja, super. Was soll ich finden, Mann? Oh, nein, Alter. Das Ding vielleicht hier. Das können wir nämlich rollen. Da sind Dinger dran. Komm, 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 komm. Vielleicht sind da noch Kanonen drin, Alter. Okay. Eins, zwei, drei. Komm, weg, 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 weg. Komm, wir müssen da weg. Wir facken das Ding davor, Alter. Vielleicht hilft das, das zurückzuhalten, ey. Oh, nein. Oh, du Scheiß. Oh, 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 oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist gar nicht... Ach. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Halt meine Hand. Rette Sarah. Sie soll Sarah retten. Sie kann das nicht alleine. Sie will Sarah retten. Nein, nein, nein. Sie soll runterfallen und sie retten, Mann. Wir können sie nicht zurücklassen. Wir können sie nicht zurück... Sie können sie nicht verlassen, ohne sie zu versuchen. Sie ist einfach weg. Sie muss dir helfen, Mann. Du kannst sie doch nicht einfach hier auffressen. Das ist ein kleines Kind, ey. Komm, die helfen uns von oben. Komm, komm, komm. Jane, mach irgendwas. Fuck, Alter. Pass auf, Jane, beeil dich. Sarah, vertraut Jane. Oh, wir haben... Oh, da führten die... Ach, du Scheiße, Alter. Herzschock. Oh, nein. Wie die Streuner kommen. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Ey. Ach, du Scheiße, ey. Nein, Mann, die arme Sarah, Alter. Die hat ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt, ey. Fuck, Mann. Geil, jetzt ist sie wenigstens bei ihrem Vater, Mann. Danke, dass du da runtergegangen bist. Ich hätte nichts machen können, Mann. Boah, die schreit ja richtig, Alter. Ruhe. Wann können die denn klettern, Alter? Lass es... Was auf... Sind die Streuner nicht... Ich störe das Deck. Wir müssen das Deck zerstören, genau. Irgendwas müssen wir kaputt machen hier, Alter. Warte mal, das müssen wir kaputt machen. Das, das müssen wir abschneiden. Aber da kommst du nicht dran. Komm, 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 Alter. Meine Güte, ey. Richtige Ideen hab ich hier. Richtige Jimmy Neutron. Mach kaputt. Ja, ich mach doch schon. Bleib ruhig hier. Oh, nein. Jetzt geht's los. Schnell. Ei, 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 ei. Huh. Das war auf jeden Fall sehr gut. Uuuh. Die Pisser, Alter. Diese scheiß Zombies, ey. Oh, nein. Was ist los? Oha. Oh mein Gott. Das Baby ist da. Was ist geschehen? Ist es tot? Was ist geschehen? Penny. Oh, was? Er lebt. Oh, jetzt ist doch... Oh, 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 oh. Baby ist da. Junge, 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 Junge. Oh, die arme Sarah, Alter. Die hat's nicht verdient gehabt, ey. Jetzt ist das Baby da. Und, ey. Das wird nur noch Probleme geben, wenn es die ganze Zeit schreien sollte. Wir haben keinen Schnuller. Wir haben nix. Mann, Mann, Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie die das anstellen wollen, Alter. Egal, wir lassen uns überraschen. Gemeinsam schaffen wir das. Wir sind ein Team. Wir halten alle zusammen. Was ist los? Richtig süß, Mann. Ohne Spaß, ey. Er sieht nicht wie Kava aus. Er sieht... Ach. Und was nun? Genau. Okay. Hat die auf einmal den... Ja, bitte. Doch, die soll den uns geben, Alter. Könnte ich... Of course. Ihre Familie. Hier. Familie. Oh, wie viel süß, ey. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci. Baby, trösten. Weißt du, was ich sagen würde? Kameranda, du Pöscher! Look at you, like a big sister. Here, let me take him. You both should rest. Especially you. When's the last time you slept, Kenny? About two years ago. I'm sorry. Plus, somebody's gotta watch you while Mama gets your beauty sleep. You never forget that smell. Die Jane und der Luke, Alter. Die haben sich richtig hier gegönnt, hier oben, Alter. Die haben sich richtig durchgenommen, Alter, der Pissar. Stattdessen auf uns aufzupassen, ey. Hätte ich lieber irgendwann runtergebracht, der Vogel, ey. Macht der hier so, ey. Sollen wir die jetzt mal ein bisschen bloßstellen, Leute? Ich hoffe, man kann das. Oh, Scheiße. Was machst du? Hör, ich bin sorry. Ich muss gehen. Was laberst du da? Wohin? Geh, woher? Just... Away. Okay? Nein, warum? Du kannst doch nicht einfach abhauen. You know, Jamie. Sarah. I'm not gonna stick around and... What should happen to you two? Nein. You know the score. You're smart, kid. Mir wird nichts passieren. I'll be okay. Sure. But give it enough time, and everyone's luck runs out. Wie kann er jetzt nicht einfach gehen, ey? Listen, when the shit hits the fan, because it always does, remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. They make you feel like you do. Like it's all one happy family. Sure. When push comes to shove, you'll see. Yeah, I know. Good. Okay. Wohin willst du gehen? You take care of yourself. I mean that. Here. Nein, nein, die braucht das. Versatility is not overrated. Nein, nein, du bist alleine. Ich würde ihr das geben. Keep it. I, uh... I gotta go. Hey. I thought you'd be asleep by now. You okay? Die sagen das hier. Schon gut. Ich würde sagen, schon gut. Ja. It's nothing, Luke. Don't worry about it. Okay. Just checking in with you. Temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking, as soon as it gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to scavenge. But Jane is wet. Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Chill doch mal. This is ihre Entscheidung gewesen. Hey, keep it down. Sorry. I... Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk. So you two can roll around like fucking teenagers. Look, I made a mistake. All right? No, it's not all right. What do you want for me? That's right. That's right. Kenny's just trying to protect the group. Well, coming down on me isn't helping. Look. I'm sorry. Okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer. And Jesus Christ, I needed it. Okay? I mean, look around you. Okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine. But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Kenny, where's my baby? Is everything all right? Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him. Which ain't here. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Definitiviert das Baby-Wald, Alter. Ja, ich feier Kenny, Alter. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies. And not that far from here. A whole lot better than here anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first line. Whoa, whoa, what are you talking about? Rebecca needs rest. A few days at least. We've got that Baby-Formula. And it won't help the rest of us. And we'll have to breathe at first. We can't do it without the best. And that's it. We need to eat it, Alter. Kenny's right. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. Genau, that's it. Okay, fine. If that's what you want. But we should all try to get some sleep. It's been a long day. It's been a long day. Jetzt ruht euch erstmal alle aus. Macht Spaß. Okay, Bex. It's gonna be alright. Man, 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 man. Alles ist hier am eskalieren, Alter. Wir müssen zusammenhalten, sonst wird das nie was. Ohne Witz, Leute, Alter. Das war echt wieder ein anstrengender Tag hier gewesen, ey. Vor allem die arme Sarah, Alter. Ey, das tut mir am meisten leid, Mann. Ich wäre am liebsten selber runtergesprungen, hätte sie gerettet, ey. Aber, ja. Das ist einfach alles blöd gelaufen, Mann. Jetzt ist mal eine weitere Person verloren. Der nächste Tag ist angebrochen. Alter, das hat ja richtig geschneit, die Nacht. So, jetzt geht's weiter lang. Die Musik ist echt wundervoll, Alter. Erinnert stark an Last of Us. Und ich hoffe, es wird alles gut ausgehen, Leute. Ich werde keine Kommentare mehr lesen. Das spoilern zu viele. Solltet ihr auch nicht, Leute. Keine Kommentare. Sie ist entzündet. Wir sind alle. Ich kann weitergehen. Es ist einfach viel zu kalt, Alter. Die haben gar keine Jacken, richtig, und sowas, ey. Wir müssen gleich zur Stadt. Wir müssen gleich da. Sollte ich in den Reifen legen? Er hat gesagt, dass sie das Baby nicht mehr nehmen wollen. Geht nicht weiss daran, okay? Ich bin nicht weiss daran. Ja, du bist irgendwie. Und nicht nur jetzt. Kenny weiß, was er tut. Er hat schon ein Vater gemacht. Das ist nicht das, was ich überrascht war. Hallo? Hä? Was ist das? Oh nein. Oh nein. Das ist der Russe, das ist der Russe. Das ist gar nicht so. Oh nein. Arvo? Arvo? Jane und ich haben ihn auf dem Observation Deck, bevor alle anderen kamen. Du kennst diesen Scheiße? Was willst du? Ich glaube, seine Schwester ist krank. Er hat eine schwelle Schwester. Sie sind vielleicht in Probleme. Okay. Er hat zum Glück keine Waffe dabei, oder? Vielleicht hat sie irgendwo hinten drin. So, Leute. Wir lassen uns überraschen, was er will von uns. Das werden wir alles in der nächsten Folge rausfinden. Die Folge ist jetzt auch wieder 20 Minuten lang gewesen. Wir machen am nächsten Mal weiter, Leute. Übermorgen geht es dann weiter mit der nächsten Folge hier. Und ich werde auf jeden Fall, denke ich, diese Woche noch starten, jeden zweiten Tag zwei Videos zu bringen. Also, ich versuche es zumindest, Leute. Ich verspreche euch da nichts, aber ich versuche es so gut es geht hinzubekommen. Weil jetzt beginnt langsam die Winterzeit. Es ist nicht mehr so warm draußen. Und Winterzeit ist Videozeit, Leute. Und ja, würde ich sagen, verabschiede ich mich. Lasst einen Daumen nach oben, dass es euch gefallen hat. Morgen geht es wieder weiter mit der Journey. Würde ich sagen, der Öni ist jetzt raus. Haut rein. Ciao. Ciao.